Hallo, mein Name ist Michel. Nachdem ich meine Frau damals fürs Camping begeisterte, machten wir uns auf die Suche nach einer geeigneten fahrbaren Campingbehausung. Ich war damals zuerst für ein Wohnmobil, meine Frau aufgrund ihrer Kindheit für einen Wohnwagen. Am Ende sind wir allerdings beim damals für uns völlig unbekannten Faltkrawan gelandet. Am 40. Schrauben die Schrauben die Schaube in die Schrauben auf dem Laufげmuss. An reinigen Sie die Schrauben in die Schrauben in die Schrauben verraus hugt. Da das Camp mit einem Faltkavan auch einiges an Herausforderungen mit sich bringt, habe ich mich dazu entschieden, meine Erfahrung mit anderen Falterbesitzern und diejenigen, die es noch werden wollen, zu teilen. Ich zeige dir beispielsweise, was es beim Beladen und der Gewichtsverteilung des Zeltanhängers zu beachten gilt. Gebe Tipps und verrate Tricks für einen schnelleren Auf- und Abbau deines Faltkrawans. Zeige, wie wir unser fahrtbares 4,5-Zimmer-Ferienhaus für eine vierköpfige Familie einrichten. Teste laufend neue Camping-Utensilien. Von den Basics wie einer passenden Kühlbox bis hin zum Glamping mit einer mobilen Klimaanlage. Auch Themen wie Sicherheit, Diebstahlschutz und Versicherung kommen auf diesem Kanal nicht zu kurz. Zudem schaue ich mir natürlich auch die neuesten Faltkavan-Modelle und sämtliche Trends im Bereich der Zeltanhänger an. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann schau dir unbedingt die neueste Roomtum durch unseren komplett aufgebauten Faltkavan an und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Gefallen insmek-Utensilien. Vielen Dank.